So, Ahoi meine lieben, Sid Kassir, herzlich willkommen zur nächsten Folge Life is Strange Remastered. Wir gucken, hier gucken wir kurz mal. Er zog ein Messer. Ich glaube, wir waren der Typ, dem Chloe Geld schuldet, bis der Typ, dem Chloe Geld schuldet, auftauchte. Ein Zwielichter Kerr namens Frank. Chloe sollte ihm sein Geld geben oder sonst. Er war nicht der erwartete Kredithai, aber hatte eine miese Aura. Ich sehe immer noch nicht, wie meine beste Freundin an so einen Loser wie Frank geraten konnte. Ich hätte ihn fast erschossen. Er zog ein Messer und ich kam mir vor wie in einem Traum. Ich erinnere mich nicht, auf ihn gezielt zu haben, aber mein Finger berührte den Abzug. Gott sei Dank war keine Kugel mehr übrig. Ich hätte zurückspulen können, aber mein Kopf tat schon so weh. Wer weiß, ich kann nicht erwarten, dass meine Kraft immer einsetzbar ist. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert oder wie lange. Sie ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nur, ich fasse nie wieder eine Waffe an. Guter Grundsatz erstmal. Nach dieser Epoche des Dramas ging Chloe und ich bei den Gleisen im Wald spazieren. Wir brauchten beide eine Auszeit und da taten die Geräusche der Natur echt gut. Ich war immer noch vom Treffen mit Frank schockiert und obwohl Chloe tough tut, konnte ich sehen, dass es sie auch mitgenommen hatte. Sie erzählte mir alles über Frank, was die Versuch der Erpressung Nathans erklärt. Mich schockiert, wie das Mädchen, mit dem ich früher Spongebob-Schwammkopf sah, an so üble Gestalten gerät. Trotzdem fühlte ich mich mit ihr sicherer und war froh über den ruhigen Moment. Es war wohl nicht die beste Idee, sich auf die Gleise zu legen und über das Leben zu sinnieren. Chloe's Bein steckte fest, gerade als ein Zug auftauchte. Selbstverständlich war ich woanders fotografieren. Und dann hatte ich eine weitere Tornado-Vision. Ich konnte ihn sehen, fast fühlen, wie er den Himmel zerriss. Mein Kopf stand kurz vorm Explodieren und wie in Scanners aus den 80ern. Die Vision war so schnell weg, wie sie kam. Vielleicht verdrängt dich die Bedeutung dieses apokalyptischen Bildes. Dann hörte ich Chloe um Hilfe schreien. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Ihr Fuß steckte im Gleis fest und natürlich näherte sich ein Zug. Ja, klar. Ich war recht stolz, dass mir eine drastische, um nicht zu sagen zerstörerische Methode einfiel. Chloe zu retten, mal wieder. Aber für den Fall, dass dieses Tagebuch in die falschen Hände gerät, bleibt es unser Geheimnis. Nach unserem morgendlichen Abenteuer setzte Chloe mich im Campus ab. Sie war so lieb und meinte, dies sei die beste Woche ihres Lebens, trotz allem. Das machte mich mega glücklich. Chloe glaubt wirklich, die Welt gehört uns. Aber was, wenn ich meine Kraft nicht hätte benutzen können, um sie vom Gleis zu holen? Chloe muss ihre Erwartung runterschrauben, genau wie ich. So, wir müssen hier nochmal gucken. Wir haben das und das. Ein Bild vorm Fenster und sieht aus wie Chemieraum. Wir können ja mal gucken. Direktor will jetzt, na, wir können ja mal mit ihm reden. Ah, hallo Max. Would you like to tell me what you wouldn't yesterday? There is just a lot going on with the fire alarm and everything. Yes, but you were distracted by something else. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. Our head of security is overseeing a new air of campus safety. Mr. Madsen already treats everybody here like they're under surveillance. Wait, wait. Do you see a pattern here, Max? Probably not the same one you see. You won't tell me the truth about yesterday, but you want to tell me the truth about Mr. Madsen. That sounds more like sour grapes. Excuse me now. Justin always looks stoned. And who is here? We don't know. Vortex-Club-Plakate. Beim Swimmingpool? Also im Schwimmbad, dann ist auch Nacht. Weltuntergangsparty? Ja, sehr schön. Kann man immer gut gebrauchen. So, wen haben wir hier noch? Am nächsten Boot ist da. Ja, die liegen hier überall rum. Anschlagbrett. Zack. Hatten wir die schon? Der beste Sänger Oregon sucht den besten Gitarristen aller Zeiten, um eine Band zu gründen und die Welt zu erobern. Die Einflüsse, bla bla bla. Kontaktieren Sie Steve. Traurig, einsam, deprimiert. Bete mit gleichaltrigen Bibelkreis. Sonntagnachmittag in der Kahlia Bay Bücherei. Schwimme wie ein Otter. Nö, da ist nichts wirklich was Neues zurückgekommen. Ich hatte ja auch, wir finden hier nochmal was über diesen verlorenen Computer. Und den Katzenfotos. The world is yours today. Genau, wir sind doch schon da. Sei kein Loser. Hier geht die Party. Verpasst es nicht. Vortex Club Weltuntergangsparty. Naja, dann kann man ja quasi gar nicht mehr weggehen. Dramaclub. Mädchenklo ist besetzt. Okay, mit ihm hier können wir auch nichts machen. Oh, was haben wir denn hier schönes? Sport, nee. If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. Hätte, die lassen sich das aber hier, ne? Plakate. Noch ein Plakat. Join us or die. Ei. Anti-the-Vortex Club. No, nada los. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. Ja? Oh, you're not anti-soiree. You seem anti-fashion though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Wir können ein bisschen zurückspuren und noch mal mit ihr reden. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I wouldn't need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what. I'll put you down on the guest list and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Oh, guck. Wie freundlich sie ist, wenn man sie direkt auf anspricht, ne? Trevor, was mit dir? Ach, Trevor telefoniert. Das Motiv finde ich cool. Schön. Oh, David. Hallo? Excuse me, Mr. Madsen? I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Yes, it was. You know that marijuana is almost legal in Oregon. I can get it at Blackwell. Are you going to bust me now, Mr. Madsen? Even I am not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you. But it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. What about Kate? You step between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Hmm. Das Gespräch war gar nicht so schlecht, wie ich es befürchtet hatte. Oh, Warren schreibt. Hallo, meine Hübsche. Ich bin jetzt im Sci-Fi-Labor. Jetzt. Ich bin nicht Schrödingers Katze. Bis gleich. Hm. Ich habe nichts. Ich habe noch Zeit. Ich könnte Warren sehen, dass er einen verrückten Wissenschaftler im Labor spielt. Luke ist immer wieder benutzt, als eine Schilder, um die Menschen zu vermeiden. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Hm, hm. Ah, da ist der Wissenschaftsraum, ja, sehr schön. Dann gucken wir hier vorher nochmal den Gang hoch. Maxwell Smart. Ich komme jetzt hier nicht raus. Jetzt komme ich... Ich bin jetzt nicht so nett. Stopp acting so brittle. Being on a viral video does that. Vielleicht ist das deine Art von mir zu beachten. Das ist wirklich mean, Herr Jefferson. Du einfach nicht verstehst. Just bleib mir allein. Du musst mit mir sprechen. Warum? Es ist alles über, wie ich. Knochen die Martyr-Crap. Was willst du von mir? Ich möchte dich ehrlich sein. Niemand glaubt mir, in der Fall. Stopp acting so brittle. Wie lange reden die so im Kreis? Moment, dann gehen wir nochmal kurz hier zu ihm. Jetzt musste ich nämlich leider das Gespräch hier auch noch... Ich würde das Gespräch hier drin lassen. Ja, wir bleiben dabei. Max. Das wird... Es wird... Es wird... Ah, nun komm. Ja, ja, ja. Ja. So, jetzt haben wir mit ihm gestritten. So, jetzt gehen wir nochmal hier vorne. Kate läuft jetzt weg. Why? You don't understand mine. Nobody does. Nobody. Honey. Oh Mann, die Arme. Aber ich kann sie jetzt hier nicht aufhalten, nee. Wollen wir mit ihm wenigstens nochmal reden? No secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. Not exactly. Nevermind. Sorry. I have to go and work on my photo. You can talk to me anytime. And Max, can I talk to you about Kate? I assume you know about this viral video? Everybody knows. That's why I wanted to see you. Kate is being humiliated daily. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. Rachel was nothing like Kate. And Principal Wells said you had something on your mind you wouldn't tell him. You care to share? Not right now. I'll tell you everything as soon as I figure it out. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I- Excuse me, Max. Hello? Yes? Uh, hold on. I have to take this. So just go into class and I'll be there soon. Yes. Yeah. But I think we're going into the chemistry room. Aha. There is now Warren. And maybe we're going to the photo. Here, exactly. Warren and Brooke, right? With... Howdy, Brooke. Hi, Max. You're making your daily rounds? Thank you, Brain. Think. Oh, wow. Oh, wow. How was your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already landed a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but... Don't let me get in your way. So long. Tja. Wird da auch nicht so recht schlau raus. Hat sie Interesse an ihm, oder nicht? Tja. Warte mal. Ich erinnere mich vage... Moment. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. How is your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign, too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. Hmm. You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer, but he's made a bigger mark. I have to say, it's not quite autumn enough yet. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course some of the tribes here might see it different. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Okay. Ich glaube, das war hier mit seinem Experiment irgendwie. Bring me the brain, Igor. Ja, bring das Gehör an. Schön. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. I have a vision. Godium. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is. Damn. Zip. Nothing. Nada. So, we turn back and talk again with him. Hey, Warren. Maxwell Silver. Asking me, if I have that either. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. And? Yippie. Weird science. Hmm. Hmm. Can we talk? Can we talk about Yannoula? Here too, Ms Grant. Hi again, Ms Grant. Right back at you, Max! Huh! Can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Aha, wir müssen mit Chlorin zufüllen. So, Warren, ich habe eine Antwort für dich. Ja, ganz viel. Los, hau rein. Yippie. Geil. Hm, aber das ist kein Foto. So, okay, wir machen nochmal zu... Ah, ach so. Äh, wo ist er? Da. Wir, nicht mal Chlorin. Oh, wie schön. Eureka! She's got it. No, you got it. Don't be so modest, Dr. Caulfield. Und da haben wir unser Foto. Ja, und jetzt fehlt bloß noch jemand vor dem Fenster. Nein, ich habe einfach die Lehrerin gefragt. Dafür rennen die hier rum. Dass du den Fragen stellst und manchmal kriegst du sogar eine richtige Antwort, die dir dann auch sogar weiterhilft. So, dann können wir jetzt hier... Was quatscht er jetzt hier noch? Nein, du liegst auf. Nein, du liegst auf. Nein, du liegst auf. Nein, du liegst auf. Guck mal, da steht doch jemand am Fenster. Juhu, alle Fotos geschafft, oh geil. Sehr schön. Dann können wir hier wieder rausgehen, dann reden wir mit alles. Okay, dann eben nicht. Wer nicht will, der hat, wer nicht, mache satt. Fotowettbewerb kennen wir ja schon. Hier werden Fotos von Dana gemacht. Okay. Mhm. Okay. Schön, ja. So, können wir dann mit den beiden hier noch reden? Here comes the mysterious Max, disguised as a pixie hipster. Like all the other precious twee artists here. You really nailed me. Meow, bring out the claws. I love seeing chicks fight. Right. Can I sit at my table now? Max thought we were going to be buds. Fucking ha ha. Assholes. Hm. Was hat er denn da? Wieso hat er da Kratzer am Gesicht? Wir setzen uns mal hin. Hm. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Ja, das sehe ich genauso. Oh. What up, Max? Hey Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay. I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Maybe I'll see you later. Maybe I'll see you later. Maybe I'll see you later. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. Usually people need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank Reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. I guess Kate will miss class now. Speaking of participation. I'm worried about her. There are a few souls here who have yet to win her photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying Kiro Skiro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. And what is your problem? Although we don't technically see in months. Some crazy shit is going down on the girls' dorm! Check it! Zachary, do not come into my class like that ever again! Listen! Everybody remain seated! Dismissed! Oh je, I think I know what's coming for a scene now. I don't think she was that messed up! I don't think she was that messed up! I don't think she was that messed up! Oh my god! Kate! Oh no! Oh my god! I have to do something to help her! Oh no! Manchmal fühle ich mich, als wäre ich Marionette eines perversen, sadistischen Puppenspielers. Und ich kann nichts dagegen tun. So, wir müssen uns jetzt... Oh, ja, warte mal, genau. Wir haben jetzt die Zeit komplett gestoppt. Keep going, Max. Max, you can't do it. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Jetzt wird es nämlich schwierig. Yes. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself? Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this together. Let me help, like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. Kate, I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning, I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Uh, I sammle Beweise. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon. Then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can pose pics of my body. Hey, Morty on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Hey. Hey. Videos. Alle werden es vergessen. Tatsächlich ist wahrscheinlich das hier die richtige Antwort. Oh Mann, ich weiß nicht. Alle werden es vergessen. Nicht mal alle. Das war falsch. Nobody cares about me. Nobody. Scheiße, von wem war der Brief? Ich glaube, der war von ihrer Mutter, oder? What about your mother, Kate? You'll destroy her. She doesn't care about a video. She loves you. You don't know my mother. At all. Das war von Vater. You don't think Satan has to be on the fast track to hell. Let's prove it. Nein! Ich hab's verkackt. Scheiße! Fuck, 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 fuck. Der Brief war von ihrem Vater, ne? Oh, fuck. Der Brief war von ihrem Vater. I know this isn't pleasant for any of us. But we have to go over what happened before Miss Marsh... Before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class. So you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Aww, fuck! All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and lay in the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit! Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? You can't. She's smoking and selling dope, not saving lives. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. And they don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield. Please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Yeah, what soll ich sonst sagen? Ach, komm. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Thank you. I just can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. Yeah. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. I don't have to see you right now. I don't have to see you right now. I don't have to see you right now. Digging like you can't bury. Something that cannot die. We could wash dirt off our hands now. Keep it from living underground. Lazy summer garden. I don't have to see you right now. 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 Und da ist der Ordner Kate. Ich habe vor der Aufnahme geguckt, du bist online. Ich habe vor der Aufnahme geguckt, du bist online. Das ist so kacke, jetzt kommst du hier unten nicht ran, du kannst hier bloß zurückdrücken. Also ich gucke jetzt nochmal, beende kurz die Aufnahme, aber die hat dich freigegeben hier. Bis gleich, Moment. So, wie ich gesagt habe, ja das fiese ist, ich kann jetzt hier zurückdrücken. Also das Programm ist online und der Rechner ist auch online, glaube ich. Kann ich denn wenigstens meine Entscheidung gucken? Ja, ich kann hier zurückdrücken, aber da passiert nichts. Ich kann das Kate drücken, naja. So, dann können wir uns wenigstens meine Entscheidung nochmal angucken. Du hast Kate gesagt, nein, ich habe Kate gesagt, sie soll auf Beweise warten. Du hast Kates Anruf angenommen. Ja, du hast versucht Frank zu verschießen. Hat nicht geklappt. Du konntest Kate nicht retten. Und das ist scheiße, stimmt. Von ihrer Mutter war eine Kacknachricht da. Du hast Nathan beschuldigt. Ja, er wusste ja auch nicht, was ich sonst noch machen konnte. Aktualisieren. Vielleicht sind die Server auch gar nicht mehr online für das Remastered hier. Na toll. Halt, nein, 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 nein. Ich möchte raus hier. Ich möchte das jetzt nicht anfangen. Ich wollte gern die Folge beenden. Na gut, dann gucken wir uns noch den Anfang der Episode 3 an. Stimmt, der nette Brief. Aber was hätte ich bei dem Scheiß Video sagen sollen? Letztendlich ist es doch aber so. Heute wird eine Sau durchs Internetdorf getrieben und morgen haben das alle wieder vergessen. Her Independentdorf getrieben Потом, ReCAID – jetzt representation bei diesem trem, auf Video beeler! ReCAID ReCAID WÄ Podcast Kate! Wo wohnt der Hase, äh, das Kaninchen bei uns? Ja gut, das ärgert mich ein Stück weit, aber gut, ich habe es verkackt, äh, ich glaube im ersten, im Originalspiel, da habe ich es geschafft, Kate zu retten, naja, dann sehen wir diesmal die Geschichte anders, von daher, vielen Dank für heute, bis zum nächsten Mal Ahoi und Ciao, Ciao!